hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen video heute gegen fucking tolkien und obsessed duoq. Yon gegen Gwen. Ich bin hyped. Let's go, let's go, let's go. Hashtag team gegen NNO. Jetzt zählt. Wir müssen hier die erste wave pushen, weil der sonst früher level 2 kriegt als wir durch den xp ward. Okay, jetzt geben wir ihm. All good, all good, all good. Er wird wahrscheinlich toplane gestartet haben. Da muss man ein bisschen respekten. Der wird gleich level 3. Wir können einfach toplane ganken mit dem Olaf. Das ist free. So, wir sind gut im CES dabei. Wir fahren hier. Ping einmal, dass da Vision ist. Nice. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Backpot gecancelt. Er verliert noch mal ein bisschen mehr. All good so far. Er wird gleich auch hoch tp'den, for sure. Da ist nämlich schon das tp. Dann lass ich mal einen Gang kriegen, weil er keinen flash hat. Nice one. Good job, Olaf. Let's go. Wichtig. Tolkien who? Obsess who? Obsess who? Köstlich schmürstlich. Saftig knapptig hier. Mein Gott. Oh Gott. Ah, ist das gut. Good work von dem Urlaub, ne? Ja, wir haben auch guten Junkner. Und das hat nur wegen unserem Wave Management hat der Gang funktioniert, ne? Wave Management. Hier, 5 Kopf. 5 Kopf. Ganz wichtig. Opsess. Get the fuck out. Will ich wieder Ultimate? Not good. Not good. Not bad. 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 Not bad nice good shit good shit gute ulti gute arbeit casio nice we win we win we win we win so fertig so wir gehen jetzt hier für die golems fahren wir uns weiter hoch zack so wir haben 2 mm verloren ja dann haben wir die golems bekommen nice one oh obsessed obsessed angry me obsessed me angry talking care yes da sind welche sauer wie die frage da sollte man sollte leute flamen die mehr erreicht haben als man selber die prime league gewonnen haben die antwort kennt ihr glaube ich antwort ist nein sollte man nicht er kann sich nicht auf die fahne schreiben er hat schon mal was gewonnen man kennt obsessed und den hier put maker don't know who that one is nice solo solo bolo singel dingel let's go tolkien hu ich frage noch mal wer ist das eigentlich ich mag ich mag tolkien sehr gerne jungs tolkien ist habe ich früher auch sehr gerne auf stream geguckt der chilliger dude ich mache nicht mal nur spaß aber trotzdem gerade schön gegen tolkien zu gewinnen naja ich solo kill top lane top lane tp zurück mensch 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 weil der tod ist kann er tp jetzt sollte eigentlich gegen vieles gewinnen was uns hier unten entgegen kommt das war es war jetzt feines 22 mental 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 edge mental edge wir haben das alles gut alles gucci alles roger in kambodscha ist auch wild ne dass ich die 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 wenn ich unten kann in der art ding in der w weil ich komme ja an sich komme ich ja dazu so ne aber aber die kann alles für mich einsetzen thaler so ps broken thaler so ps broken und die juli sollte man mit mir mit mir kommen was das ist das kass ding das war gut schritt gut schritt gut schritt das problem ist ja das problem ist aber das tracks champion design das heißt wo wir pushen jetzt unten pushen jetzt unten weiter rein weil wir ja top lane leute gesehen haben ja das ist das raus ist fein he's living die die hauen direkt ab na das ist halt scheiße so die spielen das halt clever weil die einfach du sind wir haben keinen wir haben kein wir haben keinen mit push plus wir haben angefangen auch ja das sind wir natürlich auch nicht richtig bisschen verrückt ganz glätten im cool in der die 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 mein gott ist ja erstmal lieber chattet anstatt zu spielen scheiße mann was kaufen ich weiß nicht was sie kaufen die world spieler mann nach dem item bild alle so bis jetzt was noch alle so unfassbar ist jedes mal dieses drecks jetzt mal die knallt aber kein geiles setup so für falls ja wir haben tp und wir falten da wo wir wir falten da wo wir falten das gast dann haben wir schon mal gut job wichtig wichtig und richtig von mir und schöner ulti tragen my best homie anträgen wieder hart aber talon ist halt leider und wer es packt und er war nicht nicht einfach das problem jomi sonst wie scaring wenn ich jetzt habe mich nicht einfach one hätten würde dann könnt ihr scaring an lucky da kann er keine geld sind gut an ja wir haben halt unser mittler ist für ein arsch und support ist für ein arsch und unser jungler ist ultra toxic und hilf und bin nur ob setzt schütten aber ein gutes game und damit tschüss und bis zum nächsten mal